KILLER 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 Kann das sein? KILLER 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 Ich glaub das ist KILLER oder Spieler Bin schon mega im Arsch Da waren auf jeden Fall krasse Schüsse die kamen Ja Leute ich bin erstmal weg Jo Sollen wir mal nach rechts gehen oder? Ja vielleicht Warte ich seh was Das ist KILLER Ich hab KILLER getötet Ich hab ihn grad gekillt Das gibt's nicht Oh man ich wart seit Monaten drauf Ich glaub ich hab zwei Guards getötet Ich glaub ich hab zwei Guards getötet Irgendwie Oh 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 das ist doch so Ich glaub das kann der Saniter sein Kann der da einfach draußen stehen? Ich hab keine Ahnung Da ist er Hab ihn Hast du gesehen wie er da stand? Ja Pushst du raus oder bleibst du da? Ich push ein bisschen raus vielleicht Aber erst wenn die hier bei uns drin sind Einer ist tot Einer ist tot Zweiter tot Der andere auch Sehr schön Ich bin tot Das warst du nicht Was? Wir stehen uns gegenüber und müssen beide nachladen Ich hab n Scheiße es waren drei Es waren drei Aber egal du hast überlebt das ist doch schön Was ist Das war's für heute. Was ist das? Wir sind aufpassen, hier vor uns sind auf jeden Fall Spieler gespawnt, ist die Frage, ob die am Rand der Karte landen links oder hier Da vorne! Der liegt da! Ich muss mich heilen! Ich muss mich heilen! Ah! Achtung! 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 Ich würde mal eine Nade in Techlight reinwerfen, schauen ob sie sich bewegt. Hier, mach mal! Ich sehe nichts in Techlight bisher. Nicht bewegt. Vielleicht schon ausgeflogen irgendwie. So weit nicht! Wo? Wo? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Okay. Boah, kaum gesehen. Der war so am Boden gelegen. Und der andere? Oh oh! Oh, die Treppe? Boah, fang! Ich bin geflasht! Ja. Das war ein Scaff nur. Ich bin komplett geflasht, ey! Hinter uns! Hä? Okay! Ja. Die schießen von hinter uns irgendwo. Fuck! Ich kann nur die mehr! Ich komm! Hab ihn! Boah! Ich bin jetzt im Flur! Ich seh dich! Ich seh dich! Deine Waffe löst du wieder so bei mir! Ja! Okay, er ist tot! Hinter uns kamen Schüsse! Können meine gewissen werden, oder? Grüner Schüsse! Ne! Äh, ne! Doch! Schau hinter uns! Ja! Alter! Was ist denn los? Ich kann halt mit den Dichtung werfen! Ja, der ist da hinten dran! Hab ihn! Ach, ich hin! Gut! Ich hab' ihn! Ja, der ist da hinten dran! Ja! Ich hab' ihn! Ja! 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 Ja, der ist da hinten dran! Ich bin tot! Das gibt's nicht! Es soll irgendwo hier Spieler sein! Da hat vorhin auch noch was geschossen, glaub ich dir meinen, ne? Aber ... Man kann da durchschießen, ich hab ihn erschossen Ich bin tot, ich bin tot, ich hab ihn gut gehittet Du hast ihn getötet Hab ich getötet? Du hast mir gerade ins Schussfeld gelaufen, dass ich dich getötet habe Du hast mich getötet Jonas, wie kann das sein? Verdammt Hab ihn getötet Ich bin fast selber tot Neiner Hab ihn tot, hab ihn tot, hab ihn tot Hab ihn tot, hab ihn tot Ach, du hast ihn tot Was? Was? Da! Was? Our Jax ist es aus! Oh, non! ICH TIMEEN! Oh, nein! Oh-oh-oh! Oh, nein, keine Ahnung! Das war's für heute. Ich bin auch in der Falle gerade. Ich weiß nicht, wie soll der Spray durchnehmen gehen. Hab ihn. Alter. Auch ein Spieler gekilltet. Ich bin auch in der Falle gerade. 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 Du siehst mich auf jeden Fall. Ich hänge irgendwo fest, Alter. Vom Richtung Haupteingang. Ist tot. Ist tot. Alter, wo hänge ich denn hier fest? Ich sehe den Scheiß. Loot mal den MK-18, Dude. Mach ich. Du kannst ruhig deinen OMP und sowas haben, ne? Mach du erstmal. Wir brauchen nicht gleichzeitig looten. Ja. Und was übrig bleibt, kann ich dann auch nehmen. Ich check erstmal hier vor Rasmussen. Und ich hab die MK-18 noch nie entdeckt in dem Spiel bisher. Ja. Da ist einer! Wo links? Ja. Einer ist tot. Weiß ich, ob es nur einer war? Ich glaube. Bist du bei mir drin? Nee, oder? Nee, ich lieg draußen vor Techno. Zwischen Techno und Rasmussen. Läufst du? Ja, ich lauf. Ich steh auf. Ich will die Gegend checken. Ich komm zurück. Ich hab die Füße von rechts, aber ich glaube es warst du. Vielleicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Alter, von wo kommt der jetzt noch? Woher weißt du, dass ich da bin? Wo war der? Den Gang hoch. Genau in die Richtung, wo du schaust. Bestehst du gerade? Im Laden. Ich bin hinter dir. Einer ist tot. Einer ist tot draußen. Ich auch. Ich stehe an der Kiste, rechts von dir. Der ist etwa noch im Eck, oder? Drei sogar, oder? Ja, ich... Ja, also... Nee, du hast beide gekillt, glaube ich sogar. Oder? Was? Wie ist denn? Wie ist denn? Der hat sich auf eine Kiste hochgesprungen. Ah, er glitzt mich durch ein Eck hier. Ich kämpfe deinen Rest. Bombikron TV. Ja. Nice, Alter. Oh, warum ist das? Ja. Einmal zur Tasche. Und noch mal einer. Läuft es noch mal zwei? Gebt den Grünen. Stimmt auf jeden Fall. Und halt die Brust. Die eine andere Leiche hinter der Säule, die hat Granaten wenn du brauchst noch. Ah, jetzt ein Tunnelblick halt, gell? Ja. 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 Nein. Ich glaube, deine Waffe findest du auf jeden Fall wieder. Alter, das sind fünf Leute gewesen.